Na. Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Ich stehe. Okay. Vielen Dank.